Willkommen zu einer neuen Aufnahme von unserer Gamblebox-Community. Ich schaue aber gerne in das Mikro. Ich weiß. Willkommen, Leute, zur Anfolge Slender. Wir haben jetzt hier extra den rechten Monitor noch an, damit ihr uns beide noch hier sehen könnt. Aber wo schaue ich denn eigentlich hin? Ich schaue ja gerne ins Mikro. Das ist doch wunderschön. Von vorne vor allem. So, mal schauen, wo wir jetzt rauskommen. Das ist schon die dritte Testaufnahme. Oder die richtige, wir wissen es jetzt noch nicht. Ah, okay. Dann... Taschenlampe geht auf. Ja. Ich muss auch immer noch ein Schiff. Ja, okay. Mal schauen, ob wir den... Glaube ich auch. Wir sollten es mal so ein bisschen drehen. Und ich sollte jetzt lauter sprechen. Nein! Da! Nein! Ach ja, wir machen es gar nicht nach! Nein! Nein! Mein Gott! Das ist krank. Ich kenne mich nicht. Ach, kenne mich nicht. Wo lotst du mich mal hier durch die Gegend? Ach, da ist schon die erste Seite! Sag mal B. Nein! Nur halbseitig. Ach, geht dran! Wie nimmt man die? G. F. F. Ah! Wie? Lecky! Keine Ahnung! Was geht durch? Ja! Den Kumausen! Na, wo ist denn der Mongo? Also solche Spiele sind ja eigentlich erschreckend. Ja. Aber ich bin sowas schon gewohnt. Oh mein Gott! Bäume! Also wer Dead Space gewohnt ist, der ist auch sowas gewohnt. Ja, voll. Ich weiß nicht, ob er bei so einem Spiel austicken kann. Vor allem, wenn man zu zweit hier sitzt. Also allein, wir hätten schon mehr Muffensausen. Ich glaube, ich schick's dir mal, dann kannst du nur mal eine Runde allein spielen und ich auch. So, wo ist dieser Mongo? Komm, gib mal das. Mach ich doch. Da ist er schön. Ja, da links waren wir gerade. Hast du ihn gesehen? Ja. Das war die Seite. Ich geh mal hier rechts. Du darfst doch eigentlich nur nicht angucken. Kann man sich eigentlich direkt mit dem Rücken an ihm vorbeischleichen. Ich hab... Ah, die Seite. Ja. Was hast du denn? Wie in der ist das? Weil der ist noch lang. Wahrscheinlich schaffen wir's jetzt. Der ist irgendwo links von mir. Ich hab gehört, dass wenn man die Taschenlapie anhalten, dass... Ja. Die dann zieht und dann mit dem Taschenlapie hinterher... Also das Aussystem. Dann auch ein bisschen jetzt. Ich versuche auch Strom zu sparen. Was ist der Batterie? Ja, die halten glaube ich bloß so... 20 Minuten, denke ich. Nichts täuscht. Aber ich will ja auch... Ah. Ich seh' in der Seite. Ja. Wir alten Lacker. Der Mongo kann uns mal. Wann wird die Folge auch gerade? Weiß nicht. Nach meiner Ferie? Ah. Oh mein Gott. Nach meiner Ferie. Ich glaub ich renn mal... Ach da haste der Zaun. Alter richtig. Äh. Die Richtung, oder? Ja. Er folgt der Taschenlapie, oder? Ja. Also wenn mich jetzt nicht täuscht ist er irgendwo so hinter uns. Jetzt. So. Ja genau. Ich bin ja ziemlich bald dran. Versuchen wir mal wieder auf den Weg zu kommen. Auf der Westseite haben wir jetzt den Ball frei, oder? Bis jetzt ist das Ding langweilig. Jo. Oh, wir haben 3,5,4. Wie schlecht. Als Sachen vergeht... Ah. Waren wir da schon? Ja, da waren wir schon. Ich hab' den Kreuz knapp. Hä? Hä? Er versucht die zu verbrannen. Hehehe. Halt den rechts. Okay. Jetzt gehen wir durch den Wald. Nein, 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 nein. Ich stell mich grad vor, Futur macht sie gar nichts. Rechts halten. Da haben wir schon. Bom, 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 bom. Fist Action im Wald. Aber wir fissen. Wie? Das ist so spannend, Leute. Ich kann mich gar nicht mehr zurückhalten. Komm, umarmen wir den Baum. Hm. Ah, komm her. Knuddel mich. Fuck. Sind wir am Bringensohle? Komm, 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 komm. Jetzt einfach mal in die Richtung. So. Ja. Lauf mir eben in die Arme. Okay. Komm her, Schnucki. Bist du? Der ist bestimmt irgendwo hinter uns, der Mama. Soll ich mal so die Richtung gehen, oder? Ich hab ja keine Ahnung, wo wir hinlaufen müssen. Irgendwie nicht. Oftmals. Ich kann nicht mehr, Mama. Komm. Das wird ne lange Folge. Ah, Päuschen. Päuschen. Da muss man aber schnell durch, weil der Ding ist davon. Links. Einfach rein und... Links. Ich kann nicht mehr, ich bin der Motor. Da lang. Ja, komm. Schnell, oder? Nichts. Da. Hier kann er uns in die Mangel nehmen. Ich weiß, da hast du Jay schon gestorben. Links rein? Oder rechts raus? Komm, der kommt sowieso hinter uns, deswegen können wir hier noch schnell reingucken. Auf die andere Seite gehe ich jetzt nicht mehr. Nein. Zu den Containern, oder? Im Haus ist es echt am schlimmsten. 4 von 8, wir haben schon mal die Hilfe. Da ist er. 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 Was? Warte. Hier wird er. Warum? Das sind so richtig geile Schnitten. Nein. 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 Man muss glaube ich auch zwischen den Containern mal durchgehen. Ich muss schon eine Runde gucken. Geht schon. Nö. Ist nichts. Muss oder was. Ja. Ich weiß. Ich komme immer noch mal nachher zu der Folge, äh zu der Stelle, aber. Da waren wir gerade. Ja. Am Anfang schon. Also kommen die mehrmals vor. Ich bin confused. Da waren wir schon. Halt dich mal hin. Sag ich mal freiwillig in seine Arme laufen? Nein. Nö. Das mache ich dann schwierig. Okay. Kannst du nicht. Halter. Ja. Das ist Haus. Wir haben noch gar nicht den Tunnel gesehen und diese anderen Räumchen. Die gab es nicht. Das sind ja vorne. Ja komm da oben. Genau. Schieb gab es auch noch. Ein Baum. Noch ein Baum. Ein Schlager. Hast du ihn eigentlich gesehen, dass ich ihn gesehen habe? Ja. Bis jetzt ein Baum. Ah. Okay. Das war ein dicker Baum. Siehst du nicht? Ja. Der ist bestimmt hinten drin. Das ist aber gut. Aber der Charakter kann schon nicht mehr. Aber erst mal 2 km laufen. Weiterhin. Huch. Ja. 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 Der Sound macht mich schon fertig. Ich muss noch mal ein bisschen reiser drehen. Sonst nimmst du das Mikro auf. Mach nur. Da vorne ist er. Da ist er. Drehung. Ja. Tschüss. Mein Kleiner. Versucht uns abzufangen, aber wir fangen ihn ab. Ja. Komm hier Schnucki. Ja. Der will uns da nicht haben. Aber den Char, den trick sich jetzt aus. Ich geh nämlich rückwärts auf die Lande zu. Ist der Zug vielleicht dahinter im Auto? Ja. Schmul. Ja. Boah. Ach der kam von hinten. Ja. Schwul. Wie ist schwul? Na 5 von meinem Enden. Alter. Ja okay. Jauki. Ich will jetzt den Actionfall gehen. Vielen Dank.